dann herzlich willkommen zum rsb-tutorium heute mit aufgabenblatt 7 und im ende fiel ganz viel rund um das thema codierungstheorie wir gehen mal so ein bisschen quer wieder durch die themen versuchen das langsam aufzubauen und das erste thema wäre das thema entropie außerdem wenn wir uns mit war nur codierung beschäftigen haftmann codierung 2d paritäts kurz hemming codes und der binären matrix aber erst mal zum thema entropie und ähnlichem wir können im rahmen der codierung wir können elemente haben die bezeichnen wir mal mit a b c und d und die haben jeweils wahrscheinlichkeiten zugeordnet und unsere aufgabe in dem fall ist es herauszuberechnen was der mittlere informationsgehalt ist nämlich die entropie auch dann bezeichnet dafür gibt es eine formel vielleicht habt ihr die schon mal irgendwo gelesen oder zumindest habt ihr eine idee was darin eingeht wir haben ja nicht so viel informationen kann also nicht so viel sein was was es ergibt also wir haben einzelne elemente wir haben wahrscheinlichkeiten also werden wir wahrscheinlichkeit werden wir wahrscheinlich die wahrscheinlichkeiten brauchen an der stelle und die formel dazu gebe ich euch jetzt gleich mal zumindest wenn ich meine werkzeugleiste wieder habe also entropie bezeichnet mit h ist gleich die summe von i gleich 1 bis n a la p von a i heißt das könnt ihr schon mal überlegen was das heißt was da eigentlich hinter steckt mal logarithmus duales also logarithmus zur basis 2 von 1 geteilt durch p von a i das ist natürlich wie sagt die wichtigste frage für uns was steckt eigentlich hinter dem p von a i eine idee was damit bezeichnet wird oder was wir da jeweils wohl eintragen müssen wofür könnte p denn überhaupt stehen irgendeine idee p ist für wahrscheinlichkeiten genau das heißt p von a i ist wohl wahrscheinlichkeit für irgendwas abhängig von i und wenn wir i durchzählen gibt es da nicht mehr so viel da sind das irgendwie also unsere elemente wir haben ja nicht so viele informationen grundsätzlich das heißt wir haben verschiedene wahrscheinlichkeiten genau wahrscheinlichkeit für a b c und d und das ist das was eigentlich nur aufsummiert wird an der stelle das heißt wir können das ganze die formel eintragen das wäre dann 0,1 mal logarithmus duales von 1 geteilt durch 0,1 für a plus 0,6 mal 0,5 0,2 0,25 0,2 0,5 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,0 mal Logarithmus duales von 1 geteilt durch 0,05 und dann fehlt uns noch das d. Okay, also addieren wir auch noch mal 0,25 mal Logarithmus duales von 1 geteilt durch 0,25. Das Ganze kann man dann ausrechnen, zusammenrechnen, wenn ich das Ganze irgendwie in den Taschenrechner eingebe, wird hoffentlich irgendwie ein Wert rauskommen von 1,49 Bit an der Stelle. Und jetzt dachte ich gerade schon Taschenrechner eingeben, in der Klausur dürft ihr ja keinen Taschenrechner verwenden, zumindest nach aktuellem Stand und letztjährigen Ständen. Da stellt man sich natürlich die Frage, wie kann ich dann eigentlich damit umgehen, wenn ich hier sowas Komplexes habe. Und in der Klausur wird es in der Regel, oder zumindest war es bisher so, so gelöst, dass entweder euch irgendwie hilfsweise Zahlen gegeben werden, also dass dann da beispielsweise stehen würde, der Logarithmus duales von 1 geteilt durch 0,034567911 entspricht ca. dem Wert, ich weiß jetzt gar nicht, welcher Wert das ist, aber würde ca. dem Wert 0,734 entsprechen oder so, irgendwie sowas. Das ist jetzt nicht der richtige Wert, nicht, dass keiner sich das jetzt merkt. Und damit als Hilfe das Ganze haben oder die Werte sind so leicht zu berechnen, dass man das irgendwie im Kopf grob abschätzen kann. Wie wäre das mit dem groben Abschätzen? Wenn wir, und ich sehe die Frage, ich gucke, wir können gleich auf die Frage gucken, ich mache das dann erst zu Ende. Also wenn wir hier sowas wie Logarithmus duales zur Basis 8 haben, dann ist das ja nichts anderes als die Frage, die dahinter steckt. 2 hoch wie viel ergibt 8? Das ist ja eigentlich das, was dieser Logarithmus da ausrechnen würde. Also 2 hoch wie viel ergibt 8? Das können wir irgendwie im Kopf noch irgendwie abschätzen, ausrechnen, wie auch immer. Wir wissen, vielleicht der ein oder andere das so im Kopf mittlerweile, ja. 2 hoch 3 ergibt 8. Das ist also Logarithmus duales von 8, würde mir 3 als Antwort ergeben, weil 2 hoch 3 8 ist. Das wäre etwas, was man im Kopf noch ausrechnen kann, etwas, was man im Kopf abschätzen kann. Was in die gleiche Richtung geht, wäre der Logarithmus duales zur Basis, äh, Logarithmus duales von 6. Wenn wir uns das jetzt überlegen und anschauen, dann sehen wir, hm, das ist jetzt nicht Logarithmus duales von 8, was ja 2 hoch 3 wäre. Es ist auch nicht der Logarithmus duales von 4, was ja 2 hoch 2 wäre. Wir sind irgendwo dazwischen und ganz ohne, dass wir da das wirklich ausrechnen, können wir sagen, das wird wahrscheinlich irgendwo, wenn es dazwischen ist, vielleicht 2,5 sein. Also auf die Art und Weise können wir halt auch einen Logarithmus schätzen, selbst wenn wir keinen Taschenrechner benutzen dürfen. Funktioniert natürlich nur, wenn die Werte halbwegs so auch brauchbar und berechenbar sind. So, jetzt kam die Frage, sollen wir uns in 7.1a eine Zahl aussuchen? Jetzt sammle ich nochmal kurz das Aufgabenblatt raus. Also 7.1a, wir haben für 7.1a den Hinweis, dass wir eine BCD-Codierung vorliegen haben. Das hilft uns schon mal weiter an der Stelle. Und wir haben außerdem den Hinweis, wenn wir ins Aufgabenblatt gucken, was wissen wir über die Wahrscheinlichkeit in dieser BCD-Codierung? Wenn ihr ins Aufgabenblatt guckt, was seht ihr da? Schaut euch mal genau hin, was da vor allem in Aufgabe A steht. Alle gleich wahrscheinlich. Genau, also wir haben 10 Dezimalziffern, die wir kodieren können. Also ein BCD-Code besteht ja aus 0, 1, 2 und so weiter bis 9. Und normalerweise ist das ein vierstelliger Code. Das heißt, wir fangen an mit 0, 0, 0 und dann 0, 0, 1 und dann zählt das eigentlich nur hoch, zumindest im Normalfall. Und geht dann halt weiter bis zu 1, 0, 0, 1. Das heißt, wenn wir uns das angucken, dann wissen wir eigentlich aus dem Aufgabentext, BCD-Code heißt, wir haben 10 verschiedene Elemente. Dass die jetzt erstmal mit 4-Bit kodiert sind, sei mal vorsichtig dahingestellt. Ist für A erstmal noch nicht so relevant. Was wir aber für A wissen ist, dass alle gleich wahrscheinlich sind. Was ist, wenn ich, müssen wir einfach mal überlegen, was muss denn eigentlich rauskommen, wenn ich alle Wahrscheinlichkeiten zusammenrechne? Wenn ich eine Codierung habe und ich rechne alle Wahrscheinlichkeiten zusammen, was muss da am Ende für ein Wert rauskommen? Alle Wahrscheinlichkeiten zusammenrechnen heißt ja, alle, es gibt für jedes Ereignis eine Wahrscheinlichkeit. Und genau, also am Ende kommt 1 raus oder für 100% halt das Ganze. Ja, wir wissen, eines dieser Ereignisse wird eintreten und wir haben für alles die Wahrscheinlichkeiten. Und wenn alles gleich wahrscheinlich ist, naja, dann müssen wir die Wahrscheinlichkeit, die Gesamtwahrscheinlichkeit 1 wohl auf alles gleichmäßig aufteilen. Damit hättet ihr dann nämlich auch die Wahrscheinlichkeit für 7,1a für jedes einzelne der Elemente. Grundsätzlich würdet ihr genau die gleiche Formel hier aber einsetzen. Indem ihr also aufsummiert die Wahrscheinlichkeit für ein einzelnes Element. Könnt ihr überlegen, ob ihr das in 7,1a vielleicht sogar eben abkürzen könnt und nicht hier so alles einzeln schreiben müsst. Gut, zur Redundanz kommen wir gleich nochmal. Genau, das ist erstmal die Entropie, wenn wir jetzt eine Codierung machen sollen, die ein Fano-Code uns gibt. Gehen wir damit erstmal weiter. Also wir bleiben einfach mal bei unseren ganzen Beispielwerten, also Beispielwahrscheinlichkeiten. Wir haben jetzt hier eine Entropie uns ausgerechnet, aber jetzt wollen wir einmal gucken. Wir wollen eine Fano-Codierung erzeugen. Was wisst ihr über Fano-Codierung, wenn ich die erstellen will? Wie muss ich vorgehen? Es gibt da eine Vorgehensweise aus mehreren Schritten. Und was ist so der erste Schritt, wenn ich eine Codierung nach Fano erzeugen will? Okay. Vielleicht erinnert ihr euch ganz grob auch daran, dass es einen Unterschied gab, ob ich eine Codierung nach Huffman mit Huffman-Bäumen machen will oder eine Codierung nach Fano. Es gab eine Sache, mit der ich unterschiedlich starte. Okay. Im Endeffekt ist das so ein bisschen, wenn ich das nicht sicher mehr weiß, 50-50, was ich machen muss. Ich habe meine Symbole mit Wahrscheinlichkeiten. Ich muss etwas machen, damit ich daraus eine Fano-Codierung machen kann. Gibt noch einen Tipp. Es hat was mit der Reihenfolge zu tun. Wir müssen erstmal nach Wahrscheinlichkeiten gruppieren. Und deswegen kommt jetzt 50-50. Bei Fano fange ich mit der kleinsten oder mit der größten Zahl an. Ja, genau richtig. Wir machen das Ganze. Wir fangen mit der größten Zahl an. Das heißt, bei Fano sortieren nach absteigender Wahrscheinlichkeit. Das heißt, unsere größte Zahl ist das B mit 0,6. Dann haben wir die 0,25 mit dem D. Dann haben wir 0,1. Das ist das A. Und 0,05 mit dem C. Und schon richtig auch erwähnt, wir müssen irgendwie gruppieren. Wie gruppieren wir denn da noch eine Idee? Noch eine Erinnerung? Ja. Ich kann ja verschiedene Sachen machen. Ich kann irgendwie sagen, ja, ich gruppiere alles, was irgendwie eine 1 vor dem Komma hat. Ich gruppiere alles, was eine 0 hinter dem Komma hat. Nein. Also, was ich brauche hier ist, das Zusammenfassen zu gruppen mit möglichst gleicher Gesamtwahrscheinlichkeit. Das heißt, ich trenne immer das Ganze in zwei Gruppen nur. Nicht drei, nicht vier, nicht fünf. Nur zwei. Und muss dabei Sachen aufpassen, dass die Gesamtwahrscheinlichkeit möglichst gleich ist. Wo würde ich denn jetzt hier trennen? Oder wo würdet ihr trennen? Ich darf nicht umsortieren. Ich habe meine Sortierung gemacht. Das muss gleich bleiben, aber ich trenne diese Sortierung jetzt auf an einer Stelle, dass ich möglichst gleiche Gesamtwahrscheinlichkeit der beiden neun Gruppen habe. Genau. Dann würden wir in unserem Beispiel tatsächlich nur das B rausnehmen, weil B den Wert 0,6 hat. 0,6 ist schon deutlich über der Mitte des Ganzen. Also meine linke Gruppe. Kann der Rest ja eigentlich nur noch 0,4 sein. Wenn ich jetzt das D mit dazu nehmen würde, 0,25, dann hätte ich auf der linken Seite 0,85 und auf der rechten 0,15. Das ist deutlich unausgeglichener. Ihr müsst euch das wie eine Waage vorstellen. Also das Ziel ist, dass unsere Waage möglichst im Gleichgewicht bleibt, wenn wir diese Gruppen gemacht haben. Deswegen 0,6 auf der linken Seite und insgesamt dann eine Gesamtwahrscheinlichkeit von 0,4 auf der rechten Seite. Rechts ist dann also da drin das D, das A und das C. Einmal das Ganze machen reicht aber noch nicht. Ich würde das Ganze weiter splitten. Wisst ihr zufällig auch, wie lange ich das Ganze machen muss mit dem Aufsplitten von Wahrscheinlichkeiten? Also im Moment habe ich ja links eine Gruppe mit einem Element, rechts eine Gruppe mit drei Elementen. Genau, im Endeffekt soll jedes Element nachher einzeln dastehen. Das heißt, links brauche ich schon gar nichts mehr machen in der Gruppe. Die ist quasi fertig. Rechts muss ich hier weiterarbeiten. Zur Erinnerung, falls jetzt die Wahrscheinlichkeiten anders gelegen hätten, wir also zwei Elemente auf der linken Seite hier in der Gruppe gehabt hätten, müssten wir die auch noch aufteilen. Nur weil jetzt zufällig durch die Wahrscheinlichkeit links wir schon fertig sind, können wir das quasi sein lassen und würden hier gucken. Wir haben 0,25, 0,1 und 0,05. Wo würden wir das oder wo würdet ihr jetzt da wieder die Trennung setzen? Also wir gucken uns die rechte Gruppe an und versuchen auch die wieder mit möglichst gleicher Gesamtwahrscheinlichkeit, dass sich das die Waage hält, aufzuteilen. Genau, d sowie a und c. d hat dann die Wahrscheinlichkeit 0,25 und die rechte Gruppe, da wären wir bei 0,15 Gesamtwahrscheinlichkeit. 0,25 zu 0,15. Das wirkt relativ vage. Wir können es ja mal austesten. Wenn wir jetzt das a noch rübernehmen würden, dann wären wir bei 0,35 zu 0,05. Da ist der Unterschied definitiv größer. Also es ist besser, wir lassen das so, wie wir jetzt gerade sind. Die Gruppe hier ist dann wieder fertig. Das heißt, das können wir auch erst mal lassen. Aber die rechte Gruppe, da müssen wir uns noch einmal mit beschäftigen. Da wo unser a mit drin ist und unser c mit drin ist. Jetzt haben wir natürlich nur noch zwei Elemente. Das heißt, das ist relativ simpel. Die trennen wir einmal auf. Zwei neue kleine Gruppen. Einmal von 0,1 und 0,05. Was wir ja eigentlich machen wollen, ist eine Codierung am Ende rausbekommen. Das heißt, wir müssen irgendwie jetzt auch noch Codewörter dazu zuordnen. Zufällig einer eine Idee, wie wir Codewörter hier zuordnen zu dem, was wir gemacht haben. Okay. Genau, also ich würde, genau richtig, ich würde einfach sagen, dass der linke Teil, der kriegt hier eine 0 zugeordnet. Und der rechte Teil eine 1. Hätte ich jetzt auch übrigens schon machen können in dem Schritt, wo wir hier oben durchgegangen sind. Links weiß ich, hier habe ich nur ein Element. Das heißt, damit wird das hier einfach dabei bleiben. Codewort 0. Hier rechts sind drei Elemente drin. Das heißt, ich weiß, da kommt noch irgendwas dazu. In der Folge, im Folgeschritt, teile ich ja dann wieder die Gruppe auf. Und hier weiß ich, da ist was davor. Die linke Seite kriegt eine 0 dazu. Ist dann auch nur ein Element, dann wird das durch sein. Die rechte Seite, ja, da war irgendwie schon was davor. Die 1 da oben. Es ist jetzt wieder, also es ist jetzt eine rechte Seite, kriegt eine 1. Es sind zwei Elemente, das heißt, ich werde nochmal teilen müssen. Das heißt, danach kommt irgendwie nochmal ein, irgendein Bit dahinter. Und ganz unten für das letzte ergänzen wir links nochmal eine 0, rechts nochmal eine 1. Und daraus können wir unsere Codewörter zusammenbauen. B ist relativ einfach, da haben wir nichts dran geändert. Das heißt, b hat einfach das Codewort 0. Spannender wird jetzt zum Beispiel das d. Was wäre denn d für ein Codewort? Genau, d wäre 1, 0. Denn es hat die 1 von hier oben, weil das hier im Teil der rechten Gruppe ist. Und es hat danach als nächstes die 0, weil das hier Teil der linken Gruppe ist bei der Aufsplittung. Und einmal nochmal gucken, das ist auch verstanden, also wirklich verstanden wurde alles von allen hier. Die 1, 1, 0 ist dann das A. Warum ist das 1, 1, 0? Wir sind hier auf der rechten Seite, da kommt die 1 her. Wir sind nochmal auf der rechten Seite, da kommt die zweite 1 her. Wir sind hier auf der linken Seite und da kommt die 0 her. Aber ich glaube, so wie ich das hier im Chat sehe, habt ihr es auch verstanden. Dann ist das C noch über mit 1, 1, 1. Und damit haben wir eine Codierung. Das heißt, unsere vier Elemente haben eine Codierung. Übrigens erfüllt unser Code jetzt eine ganz bestimmte Bedingung. Wisst ihr, wie die heißt? Vielleicht auch sogar, was das ist oder wie die ist? Ja. Was gilt für unsere Codewörter hier aufgrund dessen, dass wir das mit einer Codierung nach Fano aufgebaut haben? Ich gebe zu, das ist, glaube ich, im Aufgabenblatt in dem Fall mal nicht abgefragt. Aber natürlich trotzdem sehr spannend und sinnvoll zu wissen. Warten wir gucken. Okay, was haben wir hier jetzt? Die mittlere Codewortlänge ist kürzer. Also gut, klar, die Idee von Fano ist, dass wir natürlich möglichst optimal unsere Codewörter verteilen. Dass wir zu Elementen mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit ein möglichst kurzes Codewort haben. Also sowas wie das B, das kommt sehr häufig vor. Und dann wollen wir, wenn wir einen Text codieren müssen, natürlich das möglichst selten irgendwie mit mehreren Bits schreiben müssen. Und wenn wir nur eine Null brauchen, umso besser. Dieser Code erfüllt die sogenannte Fano-Bedingung. Die Fano-Bedingung heißt, dass kein Codewort der Beginn eines anderen Codewortes ist. Also wir haben eine Eindeutigkeit gegeben. Wenn ich jetzt hier einen Cod schreiben würde, oder einfach einen Cod-Schnipsel, wo wir wissen, dass der am Anfang, ja, können wir auch so machen, dass der hier, dass das hier wirklich der Anfang ist von dem Cod-Schnipsel, dann würden wir ganz eindeutig sagen können, wie, welche, welche Elemente dahinter stecken. Also, ich kann hier gucken, 1, 1 allein gibt es nicht, 1, 0 gibt es. Das heißt, hier muss eine Trennung sein. Denn es gibt kein 1, 0, 0. Hätte ich jetzt ein Code mit 1, 0, 0, würde ich die, oder ein Codewort mit 1, 0, 0, dann würde meine Eindeutigkeit verloren gehen. Habe ich aber nicht. Also eindeutig 0, da gibt es nichts mehr. Das ist eine klare Trennung. 1 ist noch nichts, 1, 1 ist auch noch nichts, wäre auch nichts Eindeutiges. 1, 1, 1 ist eindeutig. Trennung 1, 1, 1 immer noch nicht, 1, 1, 0. Und dann nochmal die lose 0. Damit würde ich also direkt hier sagen können, das wäre dann D, B, C, A, B. Das ist die Fano-Bedingung. Ich habe eine Eindeutigkeit der Codewörter. Und genaue Formulierung ist halt, also kein Codewort ist der Beginn eines anderen Codewortes. So, jetzt können wir aus dem Ganzen auch, jetzt haben wir eine Codierung aufgestellt und das heißt, wir wissen zu welchem Element, mit welcher Wahrscheinlichkeit, welches Codewort mit welcher Länge gehört. Wofür brauchen wir das? Das ist eben gerade schon erwähnt worden, die mittlere Codewortlänge, die auch als H0 bezeichnet wird, die können wir auch mit einer Formel berechnen. Und zwar sind wir da bei H0 ist gleich wieder die Summe von I gleich 1 bis N. Von allen P von AI, kommt uns schon bekannt vor, hatten wir eben auch schon so ähnlich, mal, und jetzt wird spannend, die Länge L, weil mein L sieht aus wie ein E. Okay, ich mache es mal so, also kleines L, Länge von AI, also von dem zugehörigen Codewort. Das heißt, ich habe hier die Wahrscheinlichkeit eines Elementes und ich habe die Länge des Codewortes zu diesem Element. Das multipliziere ich und summiere das über alle Elemente mit den zugehörigen Codewörtern auf. Was würde das jetzt für uns heißen? Wir haben hier unsere Wahrscheinlichkeiten, wir haben Längen. Und ich würde mit dem B anfangen. Was wäre bei mir, was muss ich hier dann eintragen für das B? Wahrscheinlichkeit mal Codewortlänge, was meint ihr, was würde ich da eintragen? Ja, also 0,6 ist die Wahrscheinlichkeit. Und ja, ich kann es theoretisch weglassen, im Endeffekt ist es tatsächlich nur 0,6, den ich eintrage. Aber um es deutlich zu machen, dass ich die Länge hier auch noch mit drin habe, mal Länge 1, weil mein Codewort die Länge 1 hat. Dann würde ich das mit dem Nächsten summieren. Wir haben hier das D. Vielleicht das nochmal zum Gegentest. Was würdet ihr für das D Dora einschreiben? Genau, das ist 0,25, die Wahrscheinlichkeit mal 2, weil unser Codewort die Länge 2 hat. Und das mache ich über alle Codewörter. Das heißt, 0,1 mal 3 hätten wir als nächstes, plus 0,05 mal 3. Und jetzt fängt man an, wieder zu rechnen. Das haben wir hier. Das sind 1, das sind 0,5, das sind 1,1, das sind 1,4. Das heißt, unsere mittlere Codewortlänge ist 1,5 Bit. Was haben wir jetzt bisher gemacht? Wir haben uns einmal angeguckt, wie wir einen mittleren Informationsgehalt eintragen können, von etwas mit Wahrscheinlichkeiten. Das ist für unser kleines Beispiel, da hatten wir eben die 1,49 Bit. Wir haben jetzt unsere mittlere Codewortlänge ausgerechnet. Da sind wir bei insgesamt aber 1,55 Bit. Und was wir daraus jetzt machen können, ist die Redundanz berechnen. Also das, was wir quasi durch vielleicht nicht optimale Codewortnutzung verschenken, was wir irgendwie mehr an Informationen, an Informationsgehalt vielleicht auch, was wir an Informationen nochmal wiederholt schicken, was da irgendwie mehrfach drin ist. Also wir haben auf jeden Fall den Unterschied, den wir berechnen können, die Redundanz. und die berechnet sich aus folgendem. Die Redundanz R ist gleich H0, also tiefgestelltes 0, minus H, aber die Entropie. In unserem Fall 1,55 minus 1,49. Und wir haben hier eine Redundanz von 0,06. Also das heißt, wir verschenken hier eigentlich relativ wenig, was wir irgendwie anders nutzen könnten. Das ist jetzt, sag ich mal vorsichtig, wenig überraschend, weil wir mit 0,6 hier etwas haben, was wir mit einem Bit als Codewort schon extrem stark auch mit benutzen können. Okay. Die Formeln zu Redundanz, zu H0, also der mittleren Codewortlänge, und zu unserer Entropie, also H, dem mittleren Informationsgehalt, die müsst ihr euch leider einmal merken. Da müsst ihr damit rechnen, wenn wir das vielleicht in einer Klausur oder so auch später nochmal brauchen, dass ihr die eben euch einmal merken können müsst, aufschreiben können müsst. Ist zum Glück nicht so viel. Überlegt einfach, was steckt da eigentlich hinter? Die Entropie, da rechne ich die Wahrscheinlichkeiten, mal Logarithmus-Dualis von 1 durch die Wahrscheinlichkeit für jedes Element zusammen. Und für die mittlere Codewortlänge, dann nehme ich halt die Wahrscheinlichkeit mal der Länge des Codewortes. Na, geht ja. Für 7,1b, ja, das ist die Aufgabe mit dem BCD-Code im Hausaufgabenblatt. Und die haben wir jetzt ja nicht explizit ausgerechnet, oder uns explizit angeschaut, aber ich will euch dann nur mal sagen, da braucht ihr für die Redundanz, die Entropie, die rechnet ihr 7,1a. Was braucht ihr für B noch? Ihr braucht H0. Für H0 müsst ihr wissen, wie lange ein Codewort ist. Denkt da dran, dass beim BCD-Code die Codewortlänge gegeben und fest ist. Das heißt, da müssen wir nicht erst lang hier mit irgendwas ein Codewort, eine Codierung aufstellen, da gibt es die schon. Deswegen mache ich 7,1, 7,2 und 7,3 so ein bisschen gemeinsam. Oder 7,1 und 7,2 jedenfalls hier. Gut, wir haben Entropie. Wir haben die mittlere Codewortlänge. Wir haben die Redundanz. Was brauchen wir noch, wenn wir auf das Aufgabenblatt gucken? Wir sollten uns anschauen, wie man einen Huffman-Code aufstellt. Gucken wir uns das also an. Wir bleiben bei unseren Elementen, weil es so schön ist, weil man dann so schön immer vergleichen kann. Wir haben immer noch A, B, C, D mit diesen Wahrscheinlichkeiten. Und es soll jetzt ein Huffman-Code aufgestellt werden. Was muss ich denn jetzt machen? Wer weiß, was ich jetzt bei einem Huffman-Code machen muss? Ich hatte vorhin ja schon den Tipp gegeben, dass Huffman fast so ähnlich startet wie Fahno, nur dass es erstmal einen kleinen Unterschied am Anfang gibt. Bevor wir dann in den Details natürlich anders sind. Aber der Anfang ist fast ähnlich. Genau. Wir sortieren wieder nach Wahrscheinlichkeiten und diesmal von klein nach groß. Das heißt... Wir haben unser C. Das ist das kleinste mit 0,05. Wir haben A. Das ist das zweitkleinste mit 0,1. Dann haben wir D mit 0,25. Und als letztes B mit 0,6. Okay. Das ist erstmal die erste Sortierung. Und wie geht es dann weiter? Beziehungsweise, wenn ihr den Schritt nicht wisst, wie es weitergeht, was machen wir bei einer Codierung nach Huffman? Was kommt da so raus? Da arbeiten wir mit was ganz Speziellem. Trägt auch nochmal den Namen Huffman drin. Ja, die Elemente wurden irgendwie zusammengefasst. Genau. Also das ist ähnlich wie bei nach Fano eben auch schon. Wir müssen irgendwie Elemente zusammenfassen. Bei Huffman ist das so, dass wir einfach die Elemente mit der kleinsten Wahrscheinlichkeit zusammenfassen. Und zwar immer dann schrittweise nur die zwei kleinsten. Also nur die zwei kleinsten. Die anderen bleiben erstmal. Was heißt das jetzt für unser Beispiel? Gucken wir uns das mal an. Also wir haben 0,05 und 0,1 als kleinste Elemente. Das zusammen ergibt den Wert 0,15. Das ist quasi ein neues Element. Dazu gehören aber sowohl noch das Symbol C und auch das A mit ihren Wahrscheinlichkeiten von 0,05 und 0,1. Was mache ich jetzt mit diesem Block mit der Gesamtwahrscheinlichkeit 0,1? Ja, von der Idee her schon fast richtig. Einen Schritt nicht überspringen. Als erstes wird das wieder einsortiert mit den restlichen Symbolen, was also unser D mit 0,25 und B mit 0,6 sind. Und dann geht es, das ist soweit richtig erkannt, dann geht es nochmal wieder darum zu addieren. Wir addieren als nächstes, nachdem wir einsortiert haben, wieder die beiden Symbole mit der kleinsten Wahrscheinlichkeit. Also in dem Fall 0,15 und 0,25 kommen damit auf 0,4. Und wie ihr seht, bauen wir hier so langsam einen binären Baum auf. Tut euren Übungsgruppenleitern den Gefallen, das bei der Abgabe hübsch, gläserlich zu halten. Und wenn wir den Teil haben, hier den 0,4, unseren kleinen Baum, trotzdem nicht vergessen, dass wir nochmal wieder das andere Element einsortieren, auch wenn es nur noch eins ist. Also das ist quasi wieder hier eine sortierte Reihenfolge. 0,4, die 0,6. Und dann sind wir hier natürlich an dem Punkt, wo wir nochmal wieder die beiden kleinsten zusammenfassen, was in dem Fall also 0,4 und 0,6 sind. Damit kommen wir zu einer Wahrscheinlichkeit von 1 ganz oben. Und hängen hier rechts noch das B dran. Mit 0,6. Das ist dann ganz schön, weil wir hier oben tatsächlich dann auch auf die 1 kommen. Seid vorsichtig, wenn ihr Reihenfolgen einsortiert. Es kann sein, wenn ihr mehrere Elemente habt, wenn ihr ganz viele Elemente habt, dass ihr vielleicht sogar was habt, das nicht unbedingt immer ganz links das Zusammengefasste landet. Also wenn jetzt unser D die Wahrscheinlichkeit 0,13 gehabt hätte, also D gleich 0,13, dann, oder P von D gleich 0,13, dann wäre es ja so gewesen, dass wir immer noch C und A zusammengefasst hätten, weil das kleiner wäre jeweils als 0,13, aber die 0,13 links von unseren 0,15 gelandet wären. Und dann hätten wir ja gegebenenfalls anders zusammengefasst. Dann hätten wir nämlich als nächstes auf dem linken Teilbaum die 0,13 gehabt und auf dem rechten die 0,15. Deswegen ist ganz wichtig, dass ihr immer darauf achtet, das nach jedem Zusammenfassenschritt immer wieder in die Reihenfolge einzusortieren. Wir hätten auch noch die Besonderheit haben können, die wir jetzt nicht hatten, dass wir zwei Elemente mit gleicher Wahrscheinlichkeit haben. Also im einfachsten Fall, keine Ahnung, unser zusammengefasstes wäre 0,15 und unser D, also eine Dora hier wäre auch 0,15 gewesen. Dann gibt es keine festgelegte Zuordnung, was man als erstes nimmt, sondern müsst ihr halt einmal euch für eine Reihenfolge beim Reihenfolgemachen entscheiden. Und ob ihr dann das eine links habt oder das andere links habt bei gleicher Wahrscheinlichkeit, das ist dann euch überlassen. Kann dann halt eben dazu führen, dass die Ergebnisse leicht unterschiedlich aussehen, also zumindest von dem Baum, der am Ende aufgebaut ist, aber es sind beides dann richtige Lösungen, nur dass ihr das schon mal gehört habt. Ich weiß gar nicht, ob das in der Aufgabe vorkommen kann. Aber glaube ich, relativ sehr unterschiedliche Wahrscheinlichkeiten. Aber jetzt wisst ihr es auf jeden Fall. Könnte vielleicht drin vorkommen. Also, wie gesagt, gleiche Wahrscheinlichkeiten. Was dann links und was rechts von dem ist, ist es egal. Das ist dann eure Entscheidung. Hauptsache, ihr achtet immer darauf, dass Gesamtheil das stimmig ist, dass die Kleinsten immer links, die Größten immer rechts sind, die Wahrscheinlichkeiten. Das Ganze, was wir aufgebaut haben, nennt sich dann auch Huffmanbaum. Und genau die Frage jetzt, das geht schon in die richtige Richtung, gute Frage ist natürlich, was ist jetzt eigentlich unser Code hierfür? Und das heißt, wir haben auch hier wieder einzelne Elemente, A, B, C und D. Und unseren Code, den würden wir jetzt tatsächlich, also das schon richtig erkannt, würden wir entlang der Äste an unserem Baum ablesen. Und B als wahrscheinlichstes Element mit einer extrem hohen Wahrscheinlichkeit, das muss man halt eben auch mal ganz ehrlich hier sagen, deswegen wieder das Wagenprinzip, das andere kippt dann irgendwie links rein. B hat dann tatsächlich hier nur diesen rechten Ast und wenn wir dem Ast folgen, dann hat B die Codierung 1. Vielleicht mal etwas spannender, wie würdet ihr die Codierung für A dann ablesen? Was wäre A für, was hat das für eine Codierung? Genau, A hat 001, denn A ist hier unten, das letzte ist eine 1, davor ist eine 0 und davor ist auch eine 0. Also wir gehen, um die Codierung abzulesen, für etwas einfach die entsprechenden Äste durch. Vorwärts, rückwärts, je nachdem, wie es euch am einfachsten ist, aber einfach diesen Binärbaum dann durchlaufen. Das ist zum Glück relativ einfach, weil das eben wirklich auch immer nur zwei Äste an jedem Baum sind und für C machen wir das auch, das ist dann 3 mal die 0 und D hat 0,1. Wenn wir jetzt mal einen Schritt zurück gucken, was hatten wir hier? Hier hatte D 1,0, war zufällig anders, A und C haben auch 3. Wir sehen, es gibt also eine relative Ähnlichkeit zu der Codierung nach Fano. Hängt so ein bisschen davon natürlich ab, wie jetzt sich dann ein Baum ergibt, wie man die Gruppen bildet, beziehungsweise eben wie die Gruppen sich ergeben und da wir jetzt hier nur vier Elemente als Beispiel hatten zum Start, sind die Unterschiede auch nicht so auffällig oder prägnant, wie es vielleicht in der Hausaufgabe ist. Hier sollt ihr dann ja auch nochmal die Redundanz berechnen, also das heißt, dass ihr nochmal wieder die Entropie nehmt mit der mittleren Codewortlänge, die sich dann in der Hausaufgabe vielleicht leicht geändert hat, weil das so ein bisschen sich verschoben hat bei den Bäumen oder auch nicht. Da müsst ihr gucken, was dabei rauskommt am Ende. Für uns sehen wir schon, da brauchen wir nicht viel machen, weil wir die gleichen Codewortlänge im Endeffekt wie eben hatten. Diese Codierung ist jetzt zwar die Codierung nach Huffman oder mit Huffman-Bäumen das Ganze zu bearbeiten. Wichtig ist, dass ihr euch aber auch merken solltet, die Codierung nach Fano erfüllt auch, die Codierung nach Huffman erfüllt auch die Fano-Bedingungen. Also das mit dem kein Codewort ist Anfang eines anderen Codewortes und ich kann eindeutig meine einzelnen Codewörter wieder extrahieren, das gilt auch für eine Codierung nach Huffman. Das sehen wir hier auch. 0,1 ist kein Anfang eines anderen Codewortes und 1, wenn es als einzelnes Symbol vergeben ist, das ist auch kein Anfang eines anderen Codewortes. Gut, das sollte hoffentlich alles sein, was ihr für 7.1 und 7.2 braucht. Das heißt, wenn ihr eine Aufgabe in dieser Art habt, für Entropie-Berechnung, schaut euch an, wie viele Symbole haben wir, welche Wahrscheinlichkeiten haben wir, was wissen wir über die Codewortlänge. Wenn wir nichts über die Codewortlänge wissen, müssen wir halt eine Codierung aufbauen. Meistens ist dann in der Aufgabe gegeben, ob das irgendwie eine Codierung nach Fano sein soll oder nach Huffman oder was bekannt ist wie die BCD-Codierung. Also bekannt, jetzt euch durch RSB bekannt, vorher vielleicht nicht unbedingt, das ist auch okay. Wenn irgendeine abstruse Codierung gewählt werden sollte für die Klausur, dann lest den Aufgabentext genau durch, weil dann wahrscheinlich da nämlich genau wieder drinsteht, wie die eigentlich funktioniert. Und genau, wenn wir dann nämlich die Codierung haben und die Codewortlänge wissen, dann können wir sowas wie eine Redundanz ausrechnen. Das ist eigentlich das, was in 1 und 2, das ist, was ihr da eigentlich dann machen müsst und machen könnt. In Aufgabe 7.3 schauen wir uns 2D-Paritätscodes an und wir machen das mal etwas kleiner und abgespeckter. Was bedeutet eigentlich ein Paritätscode? Paritätscode heißt, dass wir hier einen Code haben, der Datenbits enthält. Also das ist dann meistens hier so irgendwie dieser linke Teil und dann, dass wir zusätzlich zu den Datenbits noch Prüfbits haben, dass dann irgendwelche Paritäten dazukommen sollen. Wie genau das dann aussieht, da muss man immer gucken. Das ist dann etwas, was dann definiert ist in der Aufgabe. In der Hausaufgabe habt ihr ja nicht nur eine größere Tabelle, sondern es ist auch noch so, dass euer Paritätscode entsprechend hier unten quasi auch noch irgendwelche Paritäten hat. Die Werte sind jetzt gerade erstmal irrelevant. Wichtig ist erstmal, die Struktur zu verstehen. Also, während ich jetzt in diesem kleinen Beispiel davon ausgehen würde, dass wir dass wir hier Datenbits haben, die jeweils mit einem Paritätscode über die Zeile versehen werden, habt ihr in der Hausaufgabe das auch noch, dass ihr über die Spalten Paritätsbits hinzufügt. Und wichtig ist, das was hier unten in der Ecke ist, in der Hausaufgabe, lest genau im Aufgabentext, was da steht. Ein weiteres Bit ganz unten rechts berechnet sich als Parität der Spalten Zeilen Paritätsbits. Also das ist dann im Endeffekt von dem und dem Teil nochmal eine Parität. Da muss man mal genau gucken, was da jeweils steht. Es gibt nämlich auch ein paar andere Definitionen. Ja, was können wir machen? Oder vielleicht erstmal die grundsätzliche Idee vom Paritätscode. Paritätscode hat eigentlich die Idee, dass wir, wenn wir Daten übertragen, dass wir aufgrund der Parität gegenprüfen können, wenn irgendein Bit bei der Übertragung gekippt ist. Also ihr wisst ja, Strom ist eigentlich das, was dahinter steckt. Strom ist entweder 0 oder 1, aber vielleicht ist durch irgendeine kleine Stromschwankung mal nicht das Level 1 richtig erreicht worden, sodass der Wert 1 nicht erkannt wurde, sondern als 0 erkannt wird, weil er die Schwelle nicht überschritten hat. Oder der Spannungswert ist nicht schnell genug abgefallen. Das heißt, wir sind von 1 nicht auf 0 schnell genug runtergegangen. Und deswegen wird irgendwie eine 0 fälschlicherweise als 1 erkannt. Also das kann halt einfach da sein, dass wir auf Hardware-Ebene unten Bits haben, die kippen. Deswegen macht man das eben mit Prüfbits oder auch mit Paritätsbits, je nachdem. Und in dem Zusammenhang stellen wir uns halt Fragen, wie was ist eigentlich, was ist dann eigentlich eine Minimaldistanz? Ja. Eine Minimaldistanz eines Codes ist quasi der kleinste Abstand für Codewortpaare. Okay, was heißt das jetzt? Wenn ich ein beliebiges Codewort nehme und ich ändere ein Bit im Bereich der Datenbits, dann ist die Frage, wie viele Bits ändern sich mit? Weil das das nächstmöglichste, dichteste Codewort ist, was ich dann eben haben kann. Das ist das, was als Minimaldistanz bezeichnet wird. Wenn ich jetzt also hier Datenbits im linken Bereich habe, zeilenweise, und zeilenweise rechts mein Prüfbit berechnet wird, dann, was wäre dann die Antwort auf die Frage, wenn ich sage, ich ändere ein Bit in meinen Datenbits, wie viele Bits werden sich insgesamt dann wohl geändert haben in diesem Code? Habt ihr eine Idee? Also angenommen, ich würde das hier ändern, was würde sich wahrscheinlich noch mitändern und wie viele Bits haben sich dann insgesamt geändert? Also angenommen, ich würde das hier ändern. Also ich habe hier links jeweils zeilenweise meine Datenbits, ich habe rechts zeilenweise meine Prüfbits. Die Prüfbits werden aus den Datenbits berechnet. Was ändert sich mit, wenn ich hier oben mein Datenbit ändere? Genau, das Prüfbit. Zumindest muss ich das jetzt mal vermuten. Ich habe euch jetzt ja nicht groß gesagt, wie genau das berechnet wird. Häufig ist das tatsächlich einfach irgendwie eine reine X-Ohr-Verknüpfung zu den Prüfbits. Das heißt, wenn sich um ein Bit das vorher ändert, dann ändert sich das Prüfbit auch um eine Stelle mit. Wenn ich hier aus einer 1 eine 0 mache, dann wird wahrscheinlich aus der 1 hier auch eine 0 werden. Die Datenbits hier unten, die ändern sich nicht mit, wenn ich das Datenbit ändere. Und die Prüfbits hier, die auch nicht. Wo müsste ich was ändern, damit sich das Prüfbit hier ändert? Also, vielleicht seht ihr das nicht genau. Also, das, was ich hier unterstreiche. Das Prüfbit, hier diese 0. Wo müsste ich was ändern, damit sich das Prüfbit ändert? Genau, dann müsste ich in der Zeile eine ändern. Die mittlere 0 zum Beispiel, genau. Oder hier eine 1 zu einer 0 oder ähnliches. Das heißt, in diesem kleinen Code, den ich hier habe, wäre die Minimaldistanz 2. Weil, wenn ich ein Bit ändere, dann ändere ich immer noch ein anderes mit. Minimaldistanz heißt übrigens, wird auch mit D bezeichnet. Für die Hausaufgabe gebe ich euch schon mal mit, der 2D Paritätscode. Da habt ihr nicht nur Paritäten über Zeilen, sondern auch über Spalten. Da wird sich dann wohl auch die Spalte mit ändern. Und wenn ihr noch ein Paritätsbit habt, was über Zeilen und Spaltenbits geht, dann ändert sich vielleicht ein bisschen mehr. Also, Minimaldistanz berechnet hier daraus, wie viele Bits sich mindestens ändern, wenn ihr ein Datenbit ändert. Müsst ihr mal ein bisschen dann einfach sonst eben überlegen, was da passiert. Eine Frage, die man sich in dem Zusammenhang dann stellen kann, ist, wie sieht das eigentlich aus mit Fehler erkennen und Fehler korrigieren? Ich sagte ja schon am Anfang, Paritätsbits und Paritätscodes nutzen wir eigentlich, um Fehler erkennen zu können. Von der Idee her, würde ich jetzt sagen können, ich habe meinen Code und ich habe da etwas verändert. Zum Beispiel mache ich hier eine Null raus aus dem Datenbit, aus dem ersten. Dann würde ich hier sehen können, wenn ich die Berechnungsvorschrift habe für meine Parität, dass die sagt, Moment mal, die Parität, die passt hier irgendwie nicht. Da ist irgendwas, irgendwas falsch. Irgendwas in dieser Zeile ist falsch. Das heißt, wir sehen schon, an sich können wir hier einen 1-Bit-Fehler, das ist ein Bit, was sich ändert, einen 1-Bit-Fehler können wir erkennen. Was meint ihr? Haben wir eine Chance, den Fehler aufgrund der uns vorliegenden Informationen, also jetzt rein nur auf Bits, die wir übertragen bekommen, nur aufgrund der vorliegenden Informationen zu korrigieren auch? Wir können erkennen, dass es einen Fehler gibt. Können wir diesen Fehler auch korrigieren? Um korrigieren zu können, müssen wir ganz genau wissen, auf welcher Stelle der Fehler auftaucht. Guter Punkt, wenn man Spalte und Zeile hat. Haben wir Spalte und Zeile? Naja, wir haben nur Zeile. Das reicht uns hier nicht. Wir können nur wissen, dass einer von diesen drei Bits wahrscheinlich falsch ist. Oder aus irgendeinem Grund uns das Prüfbit gekippt ist. Das heißt, wir wissen nur, es gibt einen Fehler, einen Einbitfehler, aber wir haben keine Chance, den hier in dem Fall zu korrigieren, in meinem Beispiel. Weil uns so ein bisschen fehlt, dass wir wissen, dass es auch genau diese Spalte ist. Jetzt wisst ihr, warum wir in der Hausaufgabe einen 2D-Paritätscode eben dann auch haben mit Paritätsbits überspalten. Das heißt, wahrscheinlich wird man da schon irgendwie ein bisschen mehr auch nicht nur erkennen, sondern auch korrigieren können. Natürlich gibt es als Hilfe mal wieder ein paar kleine Formeln. Und zwar sagt man auch, Fehler erkennen können wir bei Minimaldistanz D-1. Das heißt, wenn unser D hier 2 ist, dann können wir hier ein Bitfehler erkennen. Passt ja auch zu dem, was wir gesehen haben. Und für Fehler korrigieren gilt D-1 geteilt durch 2. D-1 geteilt durch 2 ergibt 2-1 ist 1. 1 geteilt durch 2 ist 0,5. Ja, und da es keine halben Bitfehler gibt oder halbe Bits, müssen wir da abrunden. Das heißt, wir können keine Bitfehler in dem Beispiel, was wir jetzt haben, korrigieren. Aber aufgrund der entsprechenden Formel könnt ihr dann, wenn ihr zum Beispiel einen Code mit einer höheren Minimaldistanz habt, wie in der Hausaufgabe, könnt ihr halt berechnen, was ihr erkennen und was ihr korrigieren könnt. Und um euch das eben besser vorzustellen, würde ich euch vorstellen zu können, würde ich euch auch empfehlen, dass ihr eben überlegt, was passiert, wenn ihr ein Datenbit kippt, was passiert dann mit euren Prüfbits oder Paritätsbits und zwar an allen Stellen, wo sich was ändert. Und das ist nämlich dann das, was euch auch so ein bisschen helfen kann für Aufgabe 7.3.b. Wenn ihr dann nämlich eben guckt, welche 1, 2, 3-Bit-Fehler, also ob die erkannt werden können oder eben nicht. Dann müsst ihr eben überlegen, wo könnten Fehler liegen und mit bei welchen kann man dann noch damit was anfangen. Genau, dann 7.3.c. naja, da haben wir Paritätsbits. Dann habt ihr im Endeffekt ein Beispiel und dann müsst ihr halt eben gegenrechnen, ob das nun stimmt oder ob das nicht stimmt. Was ist dafür wichtig? Wichtig ist, dass ihr da nochmal drauf achtet, dass eben beschrieben wird, dass das Paritätsbit in Zeile und Spalte jeweils ein ungerades Bit ist. Was heißt ungerades Bit? Also wenn ich hier eben sowas habe wie 0, 1, 0, ja, das ganze X-Ou verknüpfe, dann habe ich zwei, also ich habe dann zwei Einsen, das reicht mir nicht. Das ist, zwei Einsen ist gerade, ich brauche was ungerades, das heißt, ich muss dann irgendwie eine 1 als Paritätsbit setzen und wenn irgendwas davon nicht stimmt, dann ist da wohl irgendwie ein Fehler und wenn ich das vielleicht nicht nur in der Zeile, sondern in der Spalte habe, dann erkenne ich hoffentlich, dass da ein Fehler ist. Und umgekehrt, wenn ich hier sowas habe wie 1, 1, 1, ist schon eine ungerade Anzahl dann wird mein Paritätsbit auf eine 0 gesetzt sein, weil ich hier eine ungerade Anzahl Bits vorher habe. Das zudem aus der Hausaufgabe. Übrigens, wenn wir dann genau nämlich gucken, also wenn ich meinen Code hier genauso aufgebaut hätte, dann müsste man natürlich sagen, hier irgendwie ist das Paritätsbit, das kann irgendwie nicht ganz stimmen, weil hier vorne, hier ist das irgendwie gerade, das hier müsste ungerade sein, wäre das, was wir erwarten. Also ist wahrscheinlich irgendwo in dieser Zeile hier irgendwo der Wurm drin. Also tatsächlich haben wir ja auch so einen 1-Bit-Fehler drin. Wir wissen nur nicht welches, weil irgendeines von diesen drei Bits hier vor wahrscheinlich gekippt ist oder das Paritätsbit. Aber wir wissen es halt nicht. Fehlen uns die Spaltenparitäten. Gut, dann solltet ihr damit auch hoffentlich zurechtkommen. Vielleicht stellt ihr auch fest, dass alles korrekt übertragen wurde, umso besser, aber das werdet ihr dann in der Hausaufgabe testen. Wir gucken uns jetzt mal den Hemming-Code an. Auch hier geht es darum, dass wir Codes, ja, dass wir die, 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 die Übertragung von Codes kontrollieren und gucken, ob die korrekt übertragen worden sind. Und was haben wir da an den Stellen? Wir haben Prüfgruppen und Codewörter. Also das Beispiel, was auch für die Hausaufgabe gilt, es ist ein 7-4-Hemming-Code. 7-4, das heißt, wir haben sieben Codewortstellen von C1 bis C7. Das sind also sieben Bits, die da irgendwie irgendwelche Belegungen haben. Und wir haben in diesen sieben Codewortstellen haben wir vier Datenbitstellen. D1 an dritter Stelle, D2 an fünfter, D3 an sechster und D4 an siebter Stelle. Dazu gibt es aber auch noch Prüfbits. Die Prüfbits nennen sich P1, P2 und P3 und korrelieren zu den Prüfgruppen 1, 2 und 3. Und diese Sternchen, die wir auch im Aufgabentext sehen, die zeigen an, welche Bits in welche Prüfgruppe eingehen. Da gibt es für die, ja, wobei, das machen wir später. Erstmal, genau, also erstmal, das, genau, Bits in Prüfgruppe. Wie wird das Ganze berechnet? Das ist direkt rechts daneben gegeben. Im Aufgabentext das Symbol Kreis mit einem Plus drin. Das, was ihr da seht, das ist das XOR-Symbol, das Exklusiv-Oder. Das heißt, unsere Prüfgruppe 1 wird berechnet aus Datenbit 1, XOR-Datenbit 2, XOR-Datenbit 4. Das sind die 4, die wir hier haben. Unsere Prüfgruppe 2 oder unser Prüfbit 2, muss man eigentlich ja sagen, Prüfgruppe ist das alles zusammen, unser Prüfbit 2 wird sich berechnet aus D1, D3 und D4 XOR-Datenbit 4. Und unser Prüfbit 3 wird berechnet aus D2, D3 und D4 XOR-Datenbit 4. Das ist erstmal die Definition des Ganzen. Um das Ganze prüfen zu können, gibt es auch nochmal eine Formel. Das ist dann die Formel über XA, XB und XC. Weil ich jetzt gerade mal gucken muss, eventuell fangen wir mal ein bisschen anders. Okay. Einmal gerade die richtige Stelle hier wieder raussuchen. So. Genau. Vielleicht erstmal gucken, was das eigentlich bedeutet, wenn man den Code, also einen Code nach diesem Hemming Code aufbaut. Ich nehme also meine Datenbits und dort werden die Prüfbits dazu ergänzt. Das heißt, wenn ich anfange und ich habe meinen Datenbit binär durchgezählt, fange ich mit 0,0,0 an, an meinen Stellen dann berechne ich mein Prüfbit 1 über das XOR von D1, D2, D4. Wenn alles 0 ist, ist es relativ einfach, dann ist das Prüfbit auch 0. Das gleiche mache ich bei meinem P2 und bei meinem P3. Dadurch habe ich ein ein siebenstelliges Codewort. Ich würde dann binär weiter durchzählen. Das nächste ist ja D1 bleibt 0, D2 bleibt auch 0, D3 bleibt auch 0 und D4 ist 1. Also ich würde jetzt meine Datenbits binär hochzählen. Wenn ich mir jetzt meine Prüfbits angucke, D4, okay, D4 geht in alle 4 ein und ich habe jedenfalls, die anderen sind 0 geblieben, also werde ich hier überall eine 1 am Ende haben. P1 ist, D1 ist 0, XOR 0, XOR 1. 0, XOR 0, XOR 1. Dann habe ich eine 1. Ich habe mich also ungerade und habe am Ende der ganzen XORs wieder ungerade eine 1 über. Das gilt hier auch für P2 und für P3. Gucken wir uns noch mal ein Beispiel weiter an. 0, achso, das wollte ich eigentlich gar nicht. Na gut, dann habe ich euch das Prüfbit halt schon gegeben. Wollte eigentlich durchzählen. 0, 0, 1, 0, weiter binär hochgezählt. Jetzt ist für P1 gilt D1, D2, D4, XOR, D1 ist 0, D2 ist 0, D4 ist 0. Wie in der ersten Zeile, wir bleiben beinahe 0. Und bei P2 wird es jetzt halt eben spannender, weil ich eben gucke, weil ich eben gucke, D1, XOR, D3, XOR, D4, ja, da geht einmal die 1 von D3 ein, der Rest ist 0. Dann bleibe ich hier bei, oder komme ich dann hier zu einer 1. Das gleiche für P3. Und dann würde ich sagen, das letzte Beispiel, wir machen noch 1, da dürft ihr gleich mal mir das Ergebnis sagen. Also ich zähle binär hoch. 0, 0, 1, 1. Was ist das Codewort, was da insgesamt da rauskommt? Also was ist das siebenstellige Codewort, wenn ich hier meine Prüfbits ergänze für meine vierte Zeile? Denkt dran, ich muss hier das Prüfbit einzeln berechnen. Unabhängig voneinander, basierend auf den Datenbits, die ich dazu habe. Und dann, schafft ihr es, das Codewort auszurechnen, oder gibt es da doch noch irgendwo eine Frage, eine Unsicherheit, über die wir nochmal gucken sollten? Okay. Und dann, Und dann, okay. Okay, noch unsicher. Auch gut, dafür machen wir es ja jetzt, damit ihr versteht, wie der Code aufgebaut ist und wo was herkommt. So, ich habe hier gerade den Vorschlag, P3 ist dann 0 gelesen. Also gucken wir nochmal. P3 berechnet sich aus D2, D2 ist 0, aus D3, D3 ist 1 und D4, D4 ist 1. Das heißt, eigentlich habe ich hier ein 0, XOR1, XOR1. Und wenn ich das durchgehe, 0, XOR1, kann das auch stückweise erstmal angucken, 0 exklusiv oder 1 ist, also XOR ist ja 1, wenn exklusiv eine der beiden Seiten 1 ist. Nur dann, wenn beides 1 ist, ist es 0. Das heißt, 0, XOR1 ergibt den Wert 1. Dann ist das erledigt, dann fällt der Teil hier quasi weg, der linke. Und ich habe 1, XOR1. Das ist nicht mehr exklusiv. Das heißt, hier kommt am Ende tatsächlich eine 0 raus. Ich hoffe, das war nachvollziehbar. 0, XOR1, XOR1. Man kann sich deswegen halt, wie gesagt, auch für längere XOR-Ketten merken, dass man einfach eine ungerade Anzahl an Einsen braucht, damit eine 1 am Ende da ist. Ich hatte jetzt hier zwei Einsen. Das ist also eine gerade Anzahl Einsen. 0, 1 und 1. Gerade Anzahl Einsen, die heben sich gegenseitig auf. Und damit kommt eine 0 anstelle P3. Und genau richtig, bei P2 haben wir es ähnlich. Da haben wir D1, XOR, D3, XOR, D4. Das ist auch ein 0, 1, 1. Dann ist das auch 0. Und P1, da habe ich D1, ist 0. D2 ist 0. Also 0, XOR, 0, bleibt 0. XOR, D4, 1, ist 0, XOR, 1. Da kommt eine 1 am Ende raus. Beziehungsweise halt kurz. 0, 0, 1 ist eine 1, ist eine ungerade 1. Das heißt, am Ende bleibt auch eine 1 über bei einer XOR-Verknüpfung. Wenn ich in meinen Codes drei Einsen, also in meinen Datenbits drei Einsen hätte, dann wäre das auch eine ungerade Anzahl Einsen. Dann würde auch eine 1 am Ende rauskommen für ein Prüfbit. Okay, so wird also der Code erstmal grundsätzlich aufgebaut. Und dann habe ich entsprechend 16 Codewörter durchgezählt. Meine Datenbits von 0, 0, 0 bis 1, 1, 1. Die Prüfbits drumherum gebaut. Und kann dann, also wenn ich es anwenden will, kann ich ja für eine Codierung, kann ich dann für ein bestimmtes Codewort immer irgendwas Bestimmtes dahinter setzen. Wie, keine Ahnung, immer wenn 0, 0, 1, 1 übertragen wird, dann macht eine Schranke auf. Ja, so wäre halt dann irgendwie eine Anwendung. Das ist jetzt aber ja der Optimalfall. Also, dass der Code auch wirklich korrekt ist. Und wir wollen ja gerade eigentlich wissen, was passiert, wenn der Code mal nicht korrekt ist. Oder wie können wir das überhaupt rauskriegen? Dafür haben wir ja diese Prüfgruppen überhaupt. Und dafür kommt jetzt das andere dazu. Damit kann ich das berechnen. Meine Prüfstellen. Wir gucken uns das einmal an. So, nicht vergessen, da kommen noch ganz viele Zeilen dazwischen. Aber wir gucken uns das mal an, wenn wir jetzt die vierte Zeile nehmen. Und wir unser xA ausrechnen. Welche, erstmal vielleicht, welche Werte, welche Bits, Bitwerte werden hier in xA verixort? Was hätten wir an Einsen, was hätten wir an Nullen? Was ist das für ein xOR bei xA? Da steht c1, xOR c3, xOR c5, xOR c7. Bezieht sich also auf die Codewortstellen. Und ich gucke mir also an, welchen Wert ich an den Codewortstellen habe. Und das ist bei xA c1, das ist eine Eins. Bei c3 ist das eine Null. Bei c5 ist das auch eine Null. Und bei c7 ist das eine Eins. So würde ich da durchgehen. Das Ganze ist eine xOR-Verknüpfung. Welchen Wert hat xA dann? Genau, ist eine gerade Anzahl Einsen. Kommt also eine Null am Ende raus. Oder wenn man es einzeln durchgeht, kommt man auch am Ende bei einer Null raus. Okay. Bei xB würde ich jetzt gerne mal von euch aber wirklich auch die genauen Bitsbelegungen wissen. Welche Bits da in welcher Reihenfolge drin vorkommen. Welche Bits muss ich eintragen für xB? Guckt euch an, welche Codewortstellen das sind. Wie die in der vierten Zeile belegt sind. 0, 0, 1, 1. Genau. Ich brauche c2. Das ist die Null. Zweite Stelle. Ich brauche c3. Das ist auch eine Null. Ich brauche c6. Das ist eine 1 hier hinten. Und c7, die letzte Stelle, ist auch eine 1. Das ergibt eine als Ergebnis. Gibt das was? Genau, eine Null. Wir haben wieder eine gerade Anzahl Einsen. Und das dritte zur Prüfberechnung ist das xC. 0, 0, 1, 1 ist das, was dabei rauskommt. Da haben wir c4, c5, c6, c7. Also die letzten vier Stellen des Codewortes. Und er gibt uns auch eine Null. Das heißt, das ist das, wie es aussehen sollte, wenn etwas korrekt übertragen worden ist. Wer es auf die Schnelle noch nicht gesehen hat, xA, xB, xC ist eigentlich nichts anderes als hier oben, was wir hatten für eine Prüfgruppe xOrt mit dem Prüfbit. Das ist jeweils das, was dahinter steckt. Also xA ist Prüfgruppe 1 mit den Datenbits xOrt mit dem Prüfbit. Und xB ist Prüfgruppe 2 entsprechend und xC Prüfgruppe 3. Jetzt wissen wir also, wie es wohl aussehen soll, wenn alles korrekt übertragen wurde, ohne irgendwie einen kleinen Fehler. Dann haben wir hier alles Nullen. Und interessant ist aber ja auch, was passiert denn, wenn wir etwas falsch bekommen. Naja, dann würde ich sagen, manipulieren wir doch einfach mal eine Zeile. Und wir sagen einfach mal, wir empfangen folgendes. Wir kriegen 1, 2, 3, 4, 5 Nullen und 2 Einsen. Und wir können wieder das Ganze ausrechnen. Was wäre dann unser xA? Was geht jetzt hier? Was würden wir hier bei xA rausrechnen? Auch hier, guckt einfach auf die Codewortstellen, die wir brauchen. Was ist das Ergebnis, was am Ende rauskommt? Okay, genau, da kommt eine 1 raus, denn wir haben 0, xA0, xA0, xA1, gibt eine 1. Was haben wir bei xB raus? Genau, eine 0, denn wir haben 0, xA0, xA1, xA1, also zwei Einsen, die sich dann dadurch wieder aufheben. Und als letztes xA0, ist auch eine 0. Genau, im Endeffekt das gleiche wie eben, also nur durch andere Bits, die wir nutzen. 0, xA0, xA1, xA1 ergibt wieder eine 0 aufgrund der ungeraden Anzahl. Und das heißt, man könnte auch sagen, wenn wir hier unser x, ja, wobei, das machen wir gleich. Erstmal zurück, also wir sehen erstmal einen Unterschied. Wir hatten hier, als das korrekt übertragen wurde, hatten wir 0 raus an allen Stellen. Jetzt haben wir nicht 0 raus, jetzt haben wir was anderes raus. Und an welcher Stelle haben wir wahrscheinlich den Fehler und wie kommen wir da hin? Habt ihr eine Idee, wie wir vielleicht rausfinden können oder wie uns das Ganze helfen kann, herauszufinden, wo jetzt der Fehler ist? Also es ist auf jeden Fall kein gültiges Codewort aus dem Hemming-Code, selbst wenn ich jetzt alle anderen 15, ne, welche fehlen uns noch, alle anderen 12 noch mit aufgeschrieben hätte. An welcher Stelle haben wir einen Fehler in den empfangenen Bits und habt ihr eine Idee, wie wir xA, b, c dazu nutzen können, dass es uns hilft, dies zu erkennen? Also, die dritte Spalte, du meinst diese hier, 0, 1, 1, ja, könnte man drauf kommen, hat aber eigentlich erstmal hier dieser Unterschied oder hier einen Unterschied oder so, das macht erstmal noch nichts draus. Genau, das andere, die Idee, die da im Chat gerade gepostet wird, das ist vielleicht eher das, was uns hilft. Wir sehen, dass xA uns irgendwie den Wert 1 gibt und vorher alles 0 war. Wenn ihr jetzt, wir haben eben ja mit der vierten Zeile gearbeitet, wenn ihr jetzt die vierte Zeile oben, wie sie normal übertragen sein sollte, euch anschaut, dann anschaut, was wir empfangen bekommen haben, wo haben wir denn einen Unterschied in den Codewörtern? Wo genau ist der Unterschied? An welcher Stelle unterscheidet sich das nach Generierung erstellte Codewort von dem, was wir benutzt haben? Genau, in P1 unterscheidet es sich. Also eigentlich erwarten wir hier wohl was anderes. Das heißt, die erste Stelle, C1, unterscheidet sich. Das wissen wir schon mal. Und wir würden erwarten 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1. Wir kriegen aber was raus, wo wir bei xA den Wert 1 haben. Jetzt müssen wir ein bisschen gucken, wie viel wir noch machen, weil die Hausaufgabe ist ja auch so ein bisschen zu gucken, wie der Fehler lokalisiert und korrigiert werden kann. Insofern aber so viel, diese Berechnung hier, die soll uns ja helfen, dass wir rausfinden, wie wir die Stelle rausfinden, wo der Fehler aufgetreten ist. Und vielleicht könnte es ja ein spannender Zufall sein, dass wir drei Bits nutzen, um irgendwelche Berechnungen durchzuführen. Wir haben ja hier drei Bits am Ende. Und dass wir sieben Codewortstellen haben, die theoretisch ja jeder irgendwie einen Fehler haben können. Drei Bits, sieben, vielleicht kennt ihr einen Zusammenhang oder vielleicht fällt euch da einer auf, das gerade so im Binären natürlich sehr spannend ist. Ansonsten würde ich euch empfehlen, dass ihr, wenn ihr da noch unsicher seid oder jetzt noch nicht bei euch irgendwie da was klingelt, dass ihr einfach mal eine andere Stelle nehmt für eine Zeile und da auch nochmal irgendwie, also ich habe jetzt hier mal die erste Stelle geändert und ihr könnt euch hier eine andere Stelle nehmen, vielleicht von der gleichen Zeile zu Hause und da einmal kurz, keine Ahnung, vielleicht P3 oder D2, ich weiß jetzt selber gerade nicht, welcher am sinnvollsten oder am hilfreichsten für euch ist, manche weniger, manche mehr, nehmen, einmal das Bit ändern, umkippen und gucken, wenn ihr nur an der einen Stelle das Bit umkippt, was das hier mit euren X, A, B und C macht und was da für ein Ergebnis rauskommt. Und ob ihr dann irgendwie ein Schema seht, wie euch X, A, B und C helfen, genau, wirklich ganz genau zu sagen, an dieser Stelle ist der Fehler aufgetreten. Wenn ihr das habt, dann könnt ihr das nämlich auch nutzen für die Hausaufgabe, um dann eben zu sagen, ist das ein gültiges oder ein ungültiges Codewort, was empfangen wurde. Gut, was fehlt uns noch? Das Thema Generator, Matrix oder Matrizen überhaupt? Mal blättern. Wenn wir in die Vorlesungsunterlagen zum Hemming-Code gucken, dann sehen wir nicht nur hier diesen kleinen Ausschnitt mit den Sternchen, Sondern das ist ja ein bisschen mehr. Also in den Vorlesungsunterlagen habt ihr ja sogar ein bisschen eine größere Generierung, die euch gezeigt wird. Die Qualität ignorieren wir gerade mal, die ist ja nicht so relevant an der Stelle. Wir sehen, dass es immer eine bestimmte Anzahl Prüfbits gibt und Datenbits. Und wenn wir mehr Datenbits haben wollen, dann jeweils noch Prüfbits dazukommen. Außerdem ist es so, dass wenn unser Codewort eben länger wird, dann haben wir hier plötzlich neue Farben, die dazukommen. So, was ist das eigentlich? Also, wir gucken hier, die farbigen Punkte geben an, was da jeweils an Datenbits in das jeweilige Prüfbit einfließen. Das heißt, in das rote Prüfbit hier, Prüfbit 1, fließt im Endeffekt, wenn wir gucken, jedes zweite Datenbit ein. So ist das hier formuliert. In das grüne Prüfbit, Prüfbit 2, fließen eine bestimmte Anzahl Datenbits ein, die mit grün markiert sind. Prüfbit 3 ist blau mit entsprechenden Datenbits dazu. Prüfbit 4 ist dieses lila-rosa mit Datenbits. Und Prüfbit 5 ist dann dieses hellblaue, diese ganzen Datenbits hier oben. Wir sehen, wir hatten in der, was wir uns eben angeguckt hatten, war eigentlich nur so ein kleiner Ausschnitt. Mit sieben Codewörtern, deswegen ja auch die vier, das vier Siebener. Wir haben, wo wir sieben Codewörter für vier Datenbits haben. Hier ist es jetzt so, dass wir sogar mit fünf, ne, Moment mal, dass wir mit 31 Codewörter für 26 Datenbits das sogar im Maximum hier haben. In der Hausaufgabe sollt ihr euch da nochmal das Thema angucken, 1511 Hemming-Code. Was ist ein 1511 Hemming-Code? Also 15 Codewörter mit 11 Datenbits. Ja, das ist also der Teil hier links davon. Und jetzt kann man daraus eine Matrix auch erstellen. Die Generator-Matrix, die wir haben, die sich dann auch G nennt. Ich muss mal schieben wieder her. Moment. Also wir können uns angucken. Wir können uns angucken, was wir an Datenbits haben und wir können daraus auch uns aufschreiben, bei welchen Prüfbits das Ganze eingeht. Das ist das eine, was wir machen würden. Also wenn wir uns ein, die Kleine angucken, wie wir hier eben hatten, diese 7,4, Entschuldigung, der Teil hier. So, der Teil hier, dann lässt sich da eben eine Generator-Matrix ausrechnen, dann lässt sich da eine Prüfmatrix auch rausrechnen. Was haben wir da? Wir haben erstmal unsere Datenbits als Matrix. Das sind D1, D2, D3 und D4. Die über die, ich sag mal vorsichtig, die Standard-Matrix drüber sind. Da geht nur das jeweilige Datenbit mit ein. Wir müssen aber auch noch die Prüfbits mit berücksichtigen und da ist dann eben die Frage, welche Datenbits gehen in das Prüfbit ein. Das heißt, für G schreiben wir uns einmal runter die Reihenfolge. Wir haben P1, P2, dann kommt D1, P3, D2, D3 und D4. Und ich sag dir ja schon, wir haben quasi einmal eine Matrix, wo einmal durchgezählt wird, welche Datenbits wir haben. Das wird von oben links nach unten rechts quer einmal durch. Das heißt, wir haben als erstes bei D1 eine 1. Wir haben insgesamt ja vier Datenbits. Das heißt, wir werden hier auf vier Stellen kommen. Denn für D1 geht ja nur D1 ein, nicht aber die anderen. Ich schreibe mal hier D1, D2, D3 drüber, auch wenn das nicht so ganz darüber gehört. Wobei, ich lasse lieber weg. Das merkt ihr euch einfach, dass das so damit zusammenhängt. D1, D2, D3, D4. Das heißt, bei D2 haben wir natürlich dann nur die zweite Stelle mit einer 1, weil die anderen Datenbits da für das Datenbit nicht relevant sind. Bei D3 an die dritte Stelle. Und bei D4 an die vierte Stelle. Das ist der erste Teil. Dann machen wir das Ganze weiter mit den Prüfbits. Jetzt müssen wir hier eben gucken, welche Bits gehören da jeweils rein. Und da sind die Punkte halt eben hilfreich. Wir können hier ablesen für P1 die roten Punkte. D1, D2, D4. Die müssen alle mit 1 gesetzt sein. Der Rest, und das ist dann in dem Fall bei 7, 4, das ist das D3, wird mit einer 0 gesetzt. Das ist das, was ich für P1 eintrage. P2, die grünen Punkte, ist D1, D3, D4. Das heißt, D2 ist 0. Das heißt, ich trage 1, 0, 1, 1, 1 ein. P3, die blauen, D1 geht nicht ein, aber die anderen drei, also ist das 0, 1, 1. Und damit habe ich meine Generatormatrix aufgebaut. Ist euch erstmal verständlich, wie ich dieses G aufgebaut habe? Habt ihr das nachvollziehen können? Wenn das ein größerer Code ist, dann müsst ihr halt einfach mit mehr Datenbits arbeiten und dann sind halt, ne, dann wird halt die ganze Matrix länger. So viel erstmal an der Stelle. Das ist also G. Das zweite ist die Prüfmatrix, ähm, wo wir auch mal, also uns nach der Konstruktionsvorschrift die Konstruktionsvorschrift, das anschauen. Wir haben hier ja unsere XA, XB, XC. Falls wir mehr Prüfgruppen haben, haben wir vielleicht auch ein XD, XE, XF, je nachdem. Lass mal halt eben gucken, wie viele Prüfgruppen wir haben. Und, ähm, das heißt, wir haben da im Endeffekt auch eine Vorschrift, die uns beschreibt, wie wir die, diese Prüf-Sachen aufbauen. Und daraus schreiben wir die Prüfmatrix ab. Nur, dass wir bei der Prüfmatrix eben gucken müssen, zwischen, ähm, Codewortstellen, die eingehen, in die, in die jeweilige Prüfung, da schreiben wir eine 1 hin, und Codewortstellen, die nicht eingehen, da schreiben wir eine 0 rein. Also, wenn wir uns hier XA, XB, XC angucken, dann ist es ja so, dass wir hier, oder, dass wir XA ja hatten und XA war, ähm, war das, war die 1, die für, äh, für P1 eingeht. Dann die zweite Stelle geht nicht ein. Die dritte Stelle, die geht wieder ein. Und so weiter. Die vierte nicht, die fünfte ja, die sechste nicht, die siebte ja. Das heißt, bei XA schreibe ich mir meine 7 Bits ein, welche da, 7 Codewortstellen Bits auf, welche da eingehen und welche nicht und komme dann auf 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Könnt ihr mir sagen, was ich bei XB dann schreiben muss? Wie sehen die Bits aus, die ich aufschreiben muss, wenn ich auch hier nur die Bits mit 1 versehe, die in die, von den Codewortstellen eingehen, aber mit 0 alle, die nicht eingehen in die Berechnung? XB, das ist ja die zweite Prüfgruppe. Ich muss jetzt von vorne bis hinten für meine Codewortstellen sagen, ob die eingehen oder ob die nicht eingehen. Da war ich mal ganz blöd, sonst die Frage, kann ich aus der Grafik genau sehen, wo ich eine 1 setzen muss? Wenn ihr da noch nicht weiterkommt, dann gebt mir gerne eine Rückmeldung, an welcher Stelle ihr hängt, dass ich euch da wieder abholen kann. Okay, mit der Tabelle ist das noch schwierig. Gucken wir noch mal kurz zurück auf die andere Tabelle. Hier sind die Sterne, die sind zwar nicht farblich markiert, aber hier haben wir auch die Prüfgruppen. Und um das Prüfbild, was ja irgendwie immer mit P markiert ist, einer Prüfgruppe zu berechnen, XOR ich alles andere, was hier ein Sternchen hat. Das ist so eigentlich das, was in der Tabelle steht. Ich kann das halt auch formal schreiben. Formal heißt, Prüfbild 2 ist gleich D1, XOR, D3, XOR, D4. Und die Gesamtprüfung, die schreibe ich dann aus C2, also Codewortstellen bezogen, C2, XOR, C3, XOR, C6, XOR, C7. Hier, wo ich meine Codewortstellen habe, das sind die, die ich, die ich, die ich also mit einer 1 im Endeffekt gleich in der Matrix versehen muss. Und wie komme ich auf die Stellen hier? Wie habe ich das abgelesen aus der Grafik? Na, wenn ich auf die Grafik gucke, dann trage ich hier alle Stellen XOR ein, die hier ein Sternchen haben. XB ist ja die zweite Prüfgruppe. Das heißt, ich habe hier C2 drin, C1, äh, C3 drin, C6 und C7. Also C2, C3, C6, C7 ist die zweite Prüfgruppe, die alle XOR hat. 2, 3, 6, 7. Gucken wir uns jetzt mal die andere Grafik an. 2, 3, 6 und 7. Das ist das, was hier mit Grün markiert ist. Also das, was ich als Sternchen eben hatte, das habe ich hier farbig und jeweils unterschiedlich. Unten Rot, da fängt das an. Unten mit der ersten Prüfgruppe, nach oben hin die zweite Prüfgruppe, ein weiter ist die dritte Prüfgruppe, und wenn ich einen längeren Code nehmen würde, als was wir jetzt als Beispiel uns angucken, hätte ich eine vierte Prüfgruppe und wenn er noch länger wird, eine fünfte Prüfgruppe. Also diese Tabelle hier mit den farbigen Punkten soll mir eine Hilfe geben, dass ich mir einen Hemming-Code in einer Länge aussuchen kann, die, und dann, und dann ablesen kann, wo meine Prüfstellen da sind und beziehungsweise wo ich meine, aus welchen Datenbits ich meine Prüfbits berechne. Das ist die Idee dieser Tabelle. Hat das ein bisschen geholfen, erstmal die Tabelle besser zu verstehen? Okay, dann sind wir schon mal einen Schritt weiter. Und wenn ich jetzt hier mein XB berechne, dann muss ich eben gucken, das ist die zweite Prüfgruppe, und das kann ich dann, kann ich dann mit Hilfe der entsprechenden Prüfbits, oder Datenbits berechnen. Prüfgruppe 2 ist P2 und wir gucken, das sind die Grünen also. Und sehe ich hier schon einen Vorschlag im Chat, jetzt muss ich gerade mal gucken. Genau, das haut auch hin. Ich muss aufpassen, dass ich immer ganz von vorne anfange, weil davor ja schon hier Codewortstelle C1 ist. C1 brauche ich nicht, ist bei den Grünen keiner der Stellen, der eingeht. Das heißt, ich fange an mit einer 0. Dann habe ich Codewortstelle 2, die geht ein. Codewortstelle 3, die geht ein. C2, C3, was haben wir noch gesagt? C6 und C7 gehen ein, aber C4 und C5 nicht. Das heißt, da gehören natürlich Einsen hin, C4, C5 kriegen eine 0. Und C6 und C7 gehen wieder ein und kriegen dann eine 1. Das heißt, wenn ich XB ausrechnen will, dann habe ich hier genau mit Einsen versehen die Codewortstellen, die dafür eingehen. Für in dem Fall meinen 7,4-Hemming-Code. Ist das Ganze länger, ein längerer Hemming-Code, muss ich halt mehr Stellen hier nehmen. Sehr gut. Freut mich, dass das jetzt verständlicher war an der Stelle. Ist auch nicht einfach. Also insofern, dafür gucken wir ja hier gemeinsam. C7, äh, XC ist dann ja noch die dritte und da gucken wir uns jetzt also die blauen Codewortstellen an. Wir sehen, die ersten drei Codewortstellen, die gehen nicht drin ein. Das heißt, wir können einfach daraus ablesen. 0, 0, 0 und genau vier Einsen dann weiter. Und das Schöne ist, damit habe ich meine Prüfmatrix. H. So, und, ähm, dann kann ich halt schauen, was ich, ich meine, mit Matrizen kann ich Diverses machen. Ihr solltet am Ende nachher noch eine Matrizenmultiplikation machen. Also das heißt, ihr nehmt die Matrix G und sollt die mit D multiplizieren. D ist vorgegeben. Ja, das heißt, ihr würdet G nehmen und das Ganze multiplizieren. Jetzt muss ich ja mal fragen, wie gut fühlt ihr euch noch mit dem Thema Matrizenmultiplikation? Ja, Irgendwo Notizen dazu. Ja, ähm, das letzte Mal gefühlt im letzten Jahrtausend. Ja, so ging es mir irgendwie auch irgendwie mal. Ähm, sonst mache ich mal ganz kurz noch ein bisschen was zum Thema Matrizenmultiplikation. Ähm, auch allgemein, auch wenn ihr es in Mathe ja auch noch kriegt. Kurz auch mal Platz schaffen hier. So, ähm, ganz kurz. Also, ich kann haben eine, äh, machen wir es erstmal dezimal. Ihr wisst, ich mache gerne Sachen erstmal im Dezimalsystem. Ich kann eine Matrix haben. Drei, fünf, sechs, sieben, äh, drei, vier, fünf. Und da kann ich sagen, ich will das Ganze mit eins, zwei, null multiplizieren. Dann, darf ich das Ganze machen? Ähm, was ich hier mache, ist, dass ich die Spalten mit eins oh, da hat es mir gerade das Internet weggeschossen. Internet, Internet, Internet. Internet. Schau nicht gucken gerade zu viele Leute Fußball. Ohrenfaktisch. 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 Jetzt hoffe ich mal, dass es nur das lokale Internet bei mir gekillt hat. Ohrenfaktisch. 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 Ja genau, mein Internet hat es gerade weggehauen. Ohrenfaktisch. 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 Der Brother verbindet gerade neu. Ohrenfaktisch. 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 Vielen Dank. Machen wir, dass das DSL-Training nicht so lange dauert. Ja, genau, ihr habt auch die Information. Ich... Ja, genau. Ja, genau. Da das mit der Synchronisierung ein wenig dauert und ich im Endeffekt das durchgehen würde, was auch in einem anderen Video von mir einmal erklärt wurde und das jetzt gerade eher weniger interaktiv als viel mehr Erklärung ist, würde ich sagen, beenden wir an der Stelle die Aufgabe. Ich verlinke... Aufnahme? Ich verlinke an der Stelle das Video zum Thema Matrizenmultiplikation, was euch bei der letzten Aufgabe helfen sollte. Und ansonsten eine schöne Woche, viel Erfolg, viel Spaß und nächste Woche lässt mein Internet mich hoffentlich nicht genau in dem Moment am Ende am Stich, wobei besser am Ende als mittendrin. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.